Die Lüft fühlt sich so wie gestern an. Ich würde es nicht so in der Luft machen. Was würdest du nicht in der Luft machen? Die Kamera. Du siehst doch gar nichts dadurch. Ich sehe doch nichts. Aber irgendwas filmt er, glaube ich. Ich kann gar nichts filmen. Du weißt aber, dass das Deck vorne zu ist. Ah! Okay.